Okay, was haben wir denn hier? Kannst ja deine Minu übrigens ja wieder mitnehmen. Stimmt. Ja lol, die Waffe ist aber direkt vor meiner Fresse, die spawnt. Geil. Alter. Ich hab grad ne BASOV-Szene. Ey Leute. Was? Oh mein Gott. Achtung, wir können hier nicht lange bleiben. Warte, holte ich dich wieder? Ich hab die Spritze schon gedrückt. Achso. Hab was abgekriegt. Das ist viel zu hoch. Wegen dem Heli ist das Ding viel zu hoch. Noch einen Sanitäter. Welchem Heli? Ich bin... Hol mich wieder. Ich bin nur geheult. Du wirst wieder fest. Die Heli explodiert ist. Du wirst... Ja, aber... Wie dumm ist das denn? Oh mein Gott, du hast dich mitgenommen. Du sprichst in der Luft. Ich schwör mir der Luft, er... Ich schwör mir der Luft. Das ist das... Das ist das Ding. Okay, best off. lol ihr habt es geschafft und den Sieger gut gemacht ihr wurde in der Nähe geschlossen HÄH 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 Dann, Einsatzbericht. Genau. Ja. Geil, bei ihm auch. Ja. Gamecrash. Als ob das der Ball ist. Boah, Junge. Einsatzbericht öffnet und dann stürzt einfach das Spiel ab. Das war's bei allen dreien jetzt so. Ja. Ich will gerade meine eigene Ausrüstung umbenennen von Ausrüstung 3 und Ausrüstung 4. Da ich jetzt zwei mal eigene Ausrüstung 3 habe. Aber sobald ich die 3 zu einer 4 schreibe, kommt Hinweis, kein Text eingegeben. Oder er enthält ungültige Zeichen. Ich ersetze die 3 durch eine 4. Ich hoffe man sieht es jetzt mit OBS. Also hier im Hintergrund, das ist COD. Also schwarz. Legit schwarz. Man sieht es hier unten, es ist offen. Und selbst in der Miniaturansicht, wenn ich dazu habe, dann sehe ich es. Aber wenn ich rein gehe, schwarz. Es ist einfach so dumm. Pass auf. Sobald ich jetzt hier hinklicke, du siehst, das ist ja immer noch so, ja? Wenn ich raus gehe, ist es auf einmal normal. Ja? Gerade noch in der Lobby. Wenn ich jetzt wieder raus gehe und wieder rein gehe, dann ist es auf einmal so. Was ist denn das? Der ist jetzt mittlerweile da. Lol. Lolololol. Die übrigen Ablinks finden und ihre Daten extrahieren. Ich komme. Wachsen in dem Boden drin. Ja. Hier bei Gemeinsame Freunde, wenn wir hier gucken, seht ihr Nilsmalu 1 und hier dann die ID. Nun folgendes, ich öffne jetzt mal den Einsatzbericht und wir sehen hier Nilsmann mit dieser ID, allerdings im gegnerischen Team. Was? Der ist wirklich auf der höchsten Spitze vom Berg. Ja, habe ich schon gesehen. Was? Er hat mich nicht nur genockt. Wie bist du? Er hat mich ohne zu knocken gekillt. Hä? Wie ist das wirklich? Das ist nicht jetzt ernsthaft passiert, oder? Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert. Das sind zwei gegnerische Teams. Da kommt noch einer. Sehr schön. Du hast die beiden. Ich habe alle drei. Und oben auf dem Berg. Spiel mit Party verlassen. Ey, was ist das für die Dummheit hier? Spiel mit Party verlassen. Ich gehe auf die Button. Was habe ich für Option? Spiel ohne Party verlassen und nein. Okay. Ender, komm jetzt. Hol ihn. Ender. 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 Ich bleib ihnen. Bin hier an der Türstag. Ich war an der Türstag. Oben. Hat sich gerade... Wie ist ein Ding? Shield frag. Ja, wir können leider nicht... What? Bam! What? 254 Meter Abschuss mit der Sniper. Headshot. Headshot. Hehehe. Punktgestatt. 0. 2. 3. 2. 2. 4. 5. 5. 5. Das Team ist in der Sicherheitszone. Wir haben das schon die ganze Zeit. Wieso kann ich keine Platten... ...aufnehmen? Entschuldigung, was heißt... Ich glaube ich hatte gerade einen Grafik-Bug. Ja. Aber jetzt, Lord... folgen... Hä? Ich kann keine Panzerplatten mitnehmen! Du kannst nichts, dafür das konntest du nicht wissen. Aber trotzdem war es mehr verbirrend als es geholfen hat. In der Situation. Also es war richtig, was du getan hast, alles. Das war mein Problem. War aber trotzdem eine gute Runde. Ich glaube, ich habe 67 SR gewonnen. Was? Laufend im Spiel wieder beitreten? Hä? Beenden hat diese Folgen. Suspendiert. Minus 0 BR. Spiel wieder beitreten. Beenden und Strafe akzeptieren. Ich trete wieder bei. Bitte was? Hä? Was wollt ihr von mir? Ich habe das Spiel beendet gehabt. Die zwei Bots sind aufeinander gespawnt. Krank. Oh shit, nein, 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 nein. Ähm. Ja. Genau deswegen. ja natürlich packt sich die truhe durch die jetzt den boden durch ich wurde wiederbelebt weil ich, wie heißt es, weil es gesucht war wie heißt es, haben wir irgendwo einfach jemanden sturmgewehr liegen ich habe massive bugs du stehst gerade, was ist das denn? ja, ich kann auch nichts machen, ich was ist denn die juggernaut aufklärung? ja klar, es heißt, Tafis hat mich da gesehen lol lol ähm wo ist der letzte ich bin wieder drin ist der nacht? als ob ich war schon wieder, ich war in der animation noch äh, es ist so dumm wer geht vor ich hoffe, der wird von den zombies schneller getündet, als ich durch Gas sterbe guck mal, ob deine Gasmaske liegt ne, die verbrauchen sich auch oh mein Gott alter Junge die Predictions da ist einer bei mir, bei mir, bei mir, bei mir da ist niemand bei dir ja, hier auch nicht wo sind die ganzen hä, wieso sind da jetzt die Mieskins da? ja und die Waffen sind unsichtbar ey Jungen, das ganze Spiel ist mir ja nein, ich auch daneben nein 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 ach meine Fresse, ey leck mich da mal ich bin früher gestorben, als oh mein Gott bereit halten wir endlich 1 oh mein Gott nein 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 oh 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 toi oh mein Gott Ebenfalls Sinker habe ich mit Holt Schmeckt! Äh, Position wechseln. Wer in die Orbs auf mich fokussiert. Nein, kommt einer. Einer muss close sein. Einer mehr. Oh! commencerer. Werner von der…" Wechseln. Wir linger jetzt.